Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, hier ist wieder Sabine. Im heutigen Video lernst du etwas über die innere und äußere Atmung bei Menschen. Was ist das, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? Um alles gut verstehen zu können, solltest du dich mit einigen Themen bereits auskennen. Dazu gehören Bau und Funktion der Atmungsorgane, der Gasaustausch, wie ist eigentlich eine Zelle aufgebaut und du solltest auch einiges über den Stoffwechsel wissen. Und schließlich wäre ohne die Photosynthese bei den Pflanzen an eine Atmung bei Mensch und Tier überhaupt nicht zu denken. Am Ende dieses Videos kennst du die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der inneren und äußeren Atmung. Du weißt wo, wie und warum sie stattfindet. Beginnen wir zunächst mit der äußeren Atmung. Sie heißt... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.